Eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier durchführen, auch bei sehr, sehr tiefen Augenringen, ist ohne Schmerzen. Man kann sehen, wie schön das hier aufgefüllt worden ist mit Hialuronsäure, ohne eine Schwellung, direkt nach dem Eingriff. Wenn man das vorher Bild dazu gesehen hat, denke ich, kann man hier von faszinierenden Ergebnissen sprechen.